Hallo meine Lieben, hier ist der Opa Mario, der alte Sack von Holstom TV und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Hm. Steine. 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 Da hin. Money. Das ist doch nicht möglich. Aber hier, oder nicht? So. Ach, ich dachte, der ist im Tunnel. So. Eins, zwei, drei. Eins. Ich will mal ein bisschen Betrieb kriegen auf unsere Anlage, ne? Anlage. Dippo. Und Dippo. Dippo. Und. Dippo. so müssen wir den meisten platz ich muss ja noch ein paar weichen anschließen so okay gut von hier aus nach dort Gleise 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 ja tun wir nicht um zu bauen so das ist so so genau gut gut Okay. Ich kriege mir immer keine große Dings mehr hin, ha? Ich habe noch einen Kuchen, das. Und jetzt. Das geht gut, oder nicht? Okay. Plup, die Geräusche. So, wenn wir sowieso schon hier rumhampeln. Oh, das ist sehr schlecht. Das ist schlecht. Das geht auch nicht. Oh, ich habe wenigstens Signale. So, sehr schlecht. So, sehr schlecht. Aber die wahrscheinlich, ja. Aber die machen alle bloß langsam. Außer. Oh. 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 Die anderen machen ein Plus, was wird das denn jetzt? Die anderen machen das. So, das ist der Holzzug. Elektrisch. So, das ist der Holzzug. So, das ist der Holzzug.